Langhals, die Stillsander, okay. Das sieht nicht gut aus. Ich sollte mal nachsehen. Ich sollte versuchen herauszufinden, was die Ossera mehr wollten. Ich sollte versuchen herauszufinden, was die Ossera mehr wollten. Ja, jetzt noch nicht. Ich habe mich umgekickt, okay. Das stimmt nicht von hier. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und ich brauche mehr Anker. Ich weiß, dass die Ossera mehr weitere Ballisten platziert haben, was sie nur benutzen. Mh, weitere Ballisten. Mh, wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anfragen. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Oh, Säurebrülle rücken. Das ist ein Ehrenetier. Das ist ein Ehrenetier. Sollte schwer genug sein. Nicht mehr Maschinen, sie müssen sich beeilen. Mir echt leid, mein Großer. Ja, muss mal auf die Karte gucken, was wir jetzt frei haben. Achtung, 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 ganz schön viel. Teufelsgriff, hier ist noch ein Banditenlager, hier ist ein Achtung. Okay, sieht so ganz nett aus. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch Spiel, Links findet ihr in der Beschreibung.